Hey Jimmy, ich fahre heute nach Utah Sie wollen runtergehen? Nein! Ja, dann gehen Sie einfach so auf und nehmen Sie mit Ihrem Kanu, nimm Sie einen Akkuschrauber mit und bauen Sie einfach ein Loch da rein! Nein, das habe ich überhaupt nicht gemeint! Du, wer sind Sie überhaupt? Keine Ahnung, hey, hey Jimmy, mach mal einen Streit anfang! Komm, 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 nimm die da mit, nimm die von hier, nimm die von hier! Aber ich will noch nicht untergehen! Ich will noch nicht untergehen! Hallo, hallo, nein, die nach Utah! Nimm das! Ja, ja, nee, Sie wollen untergehen, kommen Sie jetzt mit! Nein, ich will nicht, hallo, hallo, hey, verstehen Sie mich, verstehen Sie mich, verstehen Sie mich, hallo! Pass auf, du musst hier aufpassen, ne, du musst hier übel aufpassen! Ich, ich, ich bin, ich bin... Wer bin ich, Alter? Komm, einmal weg! Digga! Oh, the fuck! Oh, Gott, was haben Sie eingestellt? Oh, Gott, oh, Gott! Wir müssen Sie töten! Oh, Gott, nein! Alter, die leben noch! Ey, die... nein, 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 nein! Ich wollte doch nicht... Ich wollte keinen Streit anfangen, du! Ich wollte doch nur einfach nach Utah! Ich wollte doch einfach... Alter, du wolltest... Die wollte nur untergehen! Ich wollte einfach nur nach Utah! Guck mal den Mann hier vorne an, der... Junge, da, auf deine Antworten will das schon umbringen! Guck! Nein, bitte, äh, bitte gehe ganz nach hinten und kill die Leute einfach! Guck! Das hat sich umgebracht! Toll! Ja, fuck it! Komm, das ist einfach! Der ist runtergefallen. Das sehen wir schon! Komm, einfach jetzt ganz... Komm, äh, kommt in den Raum, wo... Oh Gott! 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 Was hab ich getan? Was hab ich gesagt? nein 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 Hilfe Hilfe ich hab eine Waffe so sehr offen Hilfe was Ich sehe es, warte ich... Oh Gott! Oh Gott! Ich gehe hier rein! Die werden alle aggro... Nein! Was? Das ist natürlich wieder gut. Digga, ich gehe in einen Raum rein. Die werden alle aggro auf einmal. Alter! Pikachu... Digga... Was machst du? Äh, ich gehe nur ein Stück Fleisch, das die nur, das die nur das... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Du bist echt grad runtergefallen. Ja impacting saat- die Bayekabel Ich gehe nur Beine... ich komme und in die vorliegenden auf einmal die denn nur sobald bei werden alle aggro wenn ich aus dem raum kaufsicht alter wie viel mit einer ja warte mal wie stark lebe wie ich das so kann man ältlich hier ist das leuchten vorgärts Prozent die Führung selbst kommt kommt ich nehme jetzt die und du kommst mit ganz langsam nach hinten zu dem raum wo ich gerade alle Leute abgeknallt Oh Gott die Welt und es gibt es da noch einen anderen Raum mit der großen gelbem Schlüssel und die benutzen die dann und so Gott alter und weil ich jetzt worden das war einfach zu viel es war einfach zu viel das guten ja okay äh ein paar Türi die GmbH wurde zum Ninja die müssen denn ja ich bin in der Welt die auf jeden Fall die Schusswaffe mit empfehle ich hier ich meine warum ich meine Schusswaffen sind immer besser nee erpflüssig er hat und wurde er auf dem Boden oder also für das erste nämlich erst mal das was er in diesem 16 mal gucken guck guck ich will die Co erstmal er kommt erst das reicht das das erste Reis kommen mit Dach ist es besser ganz nach vorne gestärzt ist es war ganz nach vorne die Schlüssel holen okay und dann warte warte und dann nach hinten wieder nein jetzt machen wir erst mal Karamba leider noch nicht hier nicht hier vorne nicht hier vorne nicht hier vorne doch hier vorne hier vorne ganz doch eine doch nicht doch nein bitte nicht nein du bist so ein Idiot nein wir die nicht ich bin jugend ihr habt ihr aber jetzt ganz nach hinten jetzt das ist doch die kann ich es bei mir geht obwohl weniger offene Tür hatten da Prozent aber einfach kommen mit einfach kommen einfach mit okay weil es einfach ganz so Frau Hörger der Welt die Kassel Akane wenn du willst ich nicht nimm mich gut Prozent okay jetzt gebe es euch hier in den ich hier in den in dem Raum bist du da pass auf dass du dich runterfällst und jetzt let's go los schieß immer nicht schön immer schön in den Kopf ich glaube ich habe mehrere ja warte der lebt noch oh mein Gott woher kommt der denn alter er ist tot okay er kommen in den gelb er jetzt in den nein das wollte ich nicht Hilfe nein egal komm mein Schot komm 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 pass auf aufpassen aufpassen jetzt hier in den gelben Raum ich mache ihn auf diese schädigen die schon aggressiv also ich hab'n Typ mit umgebracht indem ich meine Waffe einfach auf ihn geworfen habe hübschel alter ich hab'n Kopf zermatscht ja auch so gehört sich doch auch nicht oder äh nimm dir am besten noch eine Waffe mit Hammer kann sowieso keine Ahnung das ist der Hammer okay jetzt gehen wir ganz nach oben da hinten sind Leute die Party machen ich will Pins ich will Pins machen die Schockwäge machen die Schockwäge nein ich will nein ich will Pim mit Pimper ja aber aber Schockwäge ist richtig effektiv in der Menschenmenge ist ja egal egal guck du hast es alter Gott so zu sagen hat den Tisch an der ups ey pass auf dass du dich runter willst ok komm äh weiter jetzt runter jetzt können wir runter Pimp my ride oh shit oh shit Rohr ich bin nicht in dieser Karate direkt direkt geht weg 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 ja da würde ich auch so aufschicken noch ein Problem ich dachte gerade, da steht im Chat du bist gestorben ich hab den Kopf ich will den haben Tonfer oh oh, warte mal, ich will ihm eine Machete ja, Machete, werf die ihm auf die Köpfe, das ist richtig geil das schlitzelt ihre Köpfe so Digga, ich tu das auch so äh, ja, ich nehm eine Mandarine, Alter drei Tierinnen ich nehm eine Mandarine nur Tschako, nur Tschako, nur Tschako nein, ich hab ne Kanone, ich hab ne ich hab ne Kanone geworfen wer gesagt ich hab ne Pistole geworfen ja, Kanone geworfen okay, Alter, ist das Seife wo ist die? Digga, kannst du mal was? was passiert hier? ich hab ne Besorge, ich geh da gleich rein was passiert hier? kann ich mit zwei, ja, ich kann mit zwei, äh, Besorge machen, das geht ich hab ne boah, alter, 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 oi oh, alter ja, junge, junge das ist was weil ich ne, ich hier fast fast einfach fast, ich werd hier fast in sein Gesicht was? egal, ich glaube, ich krieg das, hoffe ich ja, ich bin jetzt mal drauf in dir, ich glaube dir, von Jimmy's heiliger Mutter was? alter, der hat mich gebetetert, der wie? da ist was oben, da ist was oben was? was? was was? wie hier? die Stichwache Neustadt noch Neustadt bitte 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 noch Neustadt als er will ich kriege es echt nicht diese Wettel zu kriegen warte 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 mach einfach neu was einfach Neustadt weil ich hab da was um die Seelen ich hab da was um die Seelen die Schlüssel ja auch vielleicht das Wort möglich hat glaube er aber es gibt ja noch einen roten Raum es gibt ja noch einen roten Raum deswegen es sich was jetzt nicht noch auch ich hab gar keine Lust auf Hausverband wirklich das ist wirklich scheiß zu einem Tag spielen ich meine ich bin ja ich bin in den Raum gesponnt den hinteren welchem Raum allerdings lehrte ich will ich ganz in die ganze Händen ganz hinten wo die Nürnberg holt ihr mit dem Volver oder sowas damit nicht weil so er ist sie gleich du bleibst da schön stehen nein nein hast schreit angefangen nein zum Glück Leute das tut gar nichts Prozent 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 was hast du gemacht Prozent Prozent die Beidegung der Dachstattung an Gäste ist es nicht mag ich jetzt die Gäste die Gäste Köln die Szenen egal kommen wo die Waffe oder wollen wir erst mal den Pimp töten oben willst du den Pimp-Stick? äh, ja ja, okay, dann töte ich dich schon mal FASS! hast du sie? ja, jawoll, hast okay, oh mein Gott Digga, was machen der denn glitcht den Boden? okay, okay, jetzt lasst du in den Raum da hinten warte warte ich möchte, ich möchte einmal noch mal nach vorne, ganz nach vorne okay, geh da hin, aber die bitte nicht streit anfangen nein, ich werde, ich werde aber extra eine AK mitnehmen ja, AK ist besser, AK ist definitiv ja, roter Keykarte hab sie oder hinten kommt ein Typ? okay, ist tot ich sag grad, alter der ist grad in den Raum geklitschen und auf einmal weg okay, LOL NIEIN! 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 DICE k Gooongst. Quatschooangst. Ko tanke ich hab das In mit einer Sekunde gefühlt gemacht aufs alles ist mit ihr zusammen aber auch aber die Kami die dass das macht er das macht alle Leute und so weit ich weiß also außer Poste macht es denke ich mal alle Leute Wuppert waren Wuppert mich zurück ja alle wollen mit hinter dir ich glaube hier lebt noch einer den einzigen die Ereignisse der Leer den der Leer den der lebt Prozent ist tot warte die haben hier ja eigentlich sicherlich die Dings bekommen der Wichtgabe nur liegt euch die Kinder Kassel aus dem Jahr ich habe es sein was das eine hier einmal machen soll man machen weil ich fand ich habe nämlich nach Leute ich habe ich habe ich habe zwei auf ein Oh Gott Oh Geronimo Oh Schott Schott Hier ist der Pimpstick, warum lässt du die liegen? Ich fange jetzt über ein Streiter, ist mir egal Ich glaube Pimpstick und das Laserschwert sind die stärksten Waffen auf dieser Map Ich weiß nicht, ich bin nicht, ich weiß nicht genau Ich habe jetzt in jedem Abteil Streit angefangen Auch ganz vorne? Ja Warte Oh, ich habe Smite Ich habe Smite Bam, benutzen den Mutten nicht Weil ich meine, ich habe die ganze Zeit eigentlich Smite Aber Null Enemies remaining Warte, einmal noch So Äh, Alter, komm, ganz nach vorne Alter Äh, ja Okay, Leute Was machen wir jetzt, soll ich noch eine Map spielen? Weil ich habe halt jeder andere, soweit ich weiß Warte mal, ich könnte, ich könnte, ich könnte, warte mal Lass einfach mal zur Disco Äh, Disco, äh, Disco leckt bei mir Okay, leckt bei mir, ich warte, was leckt bei dir nicht? Äh, Maps, die nicht wirklich groß sind, sag ich mal Warte mal, weil, äh, hä, Disco ist nicht groß Aber wegen den ganzen Lichtern, äh, leckt bei dir nicht Warte, Prison? Prison, weil, äh, Prison war das Gefängnis, ne? Ah, das leckt, das hat auch gestern bei mir geleckt, weil, äh, wo, genau Warte, egal wie, kein, Saloon, Saloon auch Hat auch geleckt, keine Ahnung, welch bei mir das jetzt Warte, äh, warte mal, Pirate Cove, lass uns das versuchen, einmal Ja, okay, dann laden Sie mich bitte rein Okay Please, komm hier, du, füll, zack, zack, zickte, promis Äh, sollst du mich einladen? Ja, wie? Einladen hab ich nicht, ja Ich hab keine Nachricht bekommen Mach mal, wir sollen dich Friends Äh, ich hab keine Ah, jetzt, jetzt, jetzt Gut, dass auch meine Maus natürlich wieder nicht funktioniert Mh, cool, ne? Ach, du musst dich wieder eiladen, bei mir wird dieses, bei mir, wurde die ist irgendwie nicht Schick dir einfach drei hinterher Na, am besten nicht direkt, nicht so schnell würde, weil Schiff plus Tab, okay, jetzt sollst du es funktionieren Mh, okay, okay, reicht, reicht, Junge, reicht Ich bin drin, schön Aber doch nicht starten, na, also noch nicht direkt starten, weil bei mir Brot aus Bist, ja Ypsel, 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 Ypsel Ja, ganz toll Warte, ich kann es, ich werde jetzt einfach nur Wurdest du gekickt? Äh, was? Wollen, warum, warum bist du diskoniert? Ich bin nicht diskoniert Hä? Warte mal, ich kann, ich kann Join Game machen Ja Ne, kann ich nicht Bin ich jetzt noch diskoniert? Ähh, bei mir ladest du grad Äh, aber bei mir steht halt n younger Mach mal von vorne, ich glaub, dass so war ich hier dass die Beile zurück und dann wird die Nacht jetzt sind bald Frenz Prozent 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 Eier okay jetzt kommst du Prozent bei mir ist bei mir ist das bei mir da wird im Pool hast war mal lass mal anders und er hat sich schon gestartet nein ich habe bei mir auch glaub ich gar nicht die johannes ich glaube ich gehe jetzt aber kurz abonnieren ein paar Witzkopf ist so das ist zwei Szenario das ist kein Extraspiel ach so normal Szenario 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 E-Mach ich okay Prozent 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 in Prozent so ich würde noch dieses das Geräusch gut so und es er hat zur Brust Kett der Schwies die Gaukos sie lieben der Spaß gehabt fragt ob sich er gerade auf den Stuhl sich die ach kommen wenn ich weiß nicht wie so ich glaube ich steht auf da wird es nicht schmerzen was er damit steht offen da wird Prozent erledigen die ich weiß nicht wie man darauf achten worten zu schützen weil man still nicht wie gut ich kann sein dass bei mir richtig krass gleich leckten erweilen wenn die Welt verdammt groß ist ich meine soweit ich weiß so wie ich die Bescheid ist sie nicht Kurs eigentlich der Haar aber um die ist ungefähr so gut wie Disco das ist nicht das ist glaube ich er die Warte ist es die eine Map wo es zum Teil gibt ja da wirst du jemanden ins Wasser der Kumpenheit frisst der 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 machte so haben so und so zu so mit der Lunde ich wollte raus was ich hätte Prozent was ist mit dem Spiel los keine Ahnung ich war was mal ich gern weiß was ich gern auch nur bei Prozent das so krebs gehe ich doch gestes mit gut fern bremst was ich mache kurz alt ist nein da weil ich bin jetzt gespawnt er auch bei Pirate Cove und musste nicht die können sich einfach umbringen oder nicht okay wir können Pirate Cove vergessen das leckt unnummer als krass obwohl es ist es geht es geht es ist es ist es geht ein bisschen die sind ich lasse mich jetzt von dem umbringen ach so ich bin gestoppt äh return to menu invite friends doch nicht noch nicht noch nicht bei mir dauert das bis äh ich zu spät betrifft kann die die ich hab grad nicht ich hab warum warum ob hier wo 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 I love you, dude. I love you, dude. Ja gut, jetzt. So. Eingeladen. Einschnarchen. Wollen wir zu Bikerbar? Nee. Äh, ich hab keine Einladung bekommen. Bikerbar? Bikerbar? Nee, das leckt noch schlimmer bei mir. Das leckt irgendwie richtig krass. Äh. Bei dir legen alle, ähm, alle Dings irgendwie, oder? Äh, äh, Disco, äh, Discord wahrscheinlich. Äh, Disco leckt bei mir und Saloon und Prison. Aber sonst geht die anderen gehen. Bikerbar leckt halt ein bisschen und äh, ich, 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 was heißt, es leckt, ich sprinte auch zu irgendeinem Grund, übel langsam, ich bin gefühlt so ein Seesternal. Oder? Nein, wirklich, die Seesternal sind so weit, ich weiß, sie langsam sind Tiere der Welt, ich schaffen nur 60 Zentimeter pro Tag. Lol. Stell dir vor, wir schaffen, ich denke, ich denke, ein Mensch läuft, ein Mensch läuft im Durchschnitt so über ein Kilometer am Tag, safe. Einfach, wir versuchen einfach mal Bikerbar, oder aus der Arbeit, das weiß ich. Äh, Bikerbar, okay, wir könnten nennen das Pirate Cove, Pirate Cove. Ja, du bist drinnen. Gut, dann starten Sie mal, ich kann nicht, noch nicht. Pirate Cove. Und bis wieder auf. Warum? Keine Ahnung, macht du das lieber, nänger. bei mir geht das irgendwie nicht so 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 dass die Spiegelte Hoos dann gehen wir bei den Bergkopf schließt aus und die Garen in war ein Prozent bei den Orten und Jürgen reicht es auch und jetzt wird er in Rhein und ein Blatt für den Bergkopf und ein Diskursen wieder da erheben wird es sich startet wäckig vorab wird die ist gut weil eigentlich ich weiß auch nicht warum am besten werden kann man die Setbox äh zu zweit spielen kann man es ja erinnert kann und hat sich nicht auch schade so zähl ich gesagt er lasst mir bis dort die Städte die Verkaufs kann man da was was zuerst er nein was so einer was machst du da Oh Gott 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 es ist nicht mehr ich mehr ich merke ich merke es bei dir ich merke das bei dir bei dir geht irgendwie grad die Party ab ähm ja wo wollen wir anfangen auf jeden Fall nicht ganz nach oben also ist alle das leckte Prozent ich hab nicht sie verarbeitet Prozent Prozent die Weg ja okay wenn wenn wir nicht wenn wir schon im Streit sind kommen mach mal Bors was gleich war und was gleich was gleich im Bosnheim 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 Prozent 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 das auf der Welt gibt es um mehr hat es auch bei mir zu lenken also es ist er hat dann wäre es läuft dann wieder ganz kleines bisschen für sie Prozent 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 ja hallo Prozent Prozent ja die merken ich Prozent Prozent Moment mal Prozent Warten machen und Gott hinterher ist der Scherpferd Prozent 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 und ja Prozent 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 O-Gott O-Gott sich Prozent Prozent Prokurs 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 da kommt er ist da kommt der Böse Schäfer um ich sehe um A7 der Böse Schäfer ist gut und schon einmal eine Schockwabe Prozent aber hallo Hör mal hört mal okay jetzt höre ich dich wieder Kacin Manhetzer draus gegangen ich weiß auch nicht wie okay es hat ganz ganz bisschen aufgehört zu lenken ich will irgendwie halt okay es tut Prozent die Gäste die haben sich überhaupt nicht bewegt hierunter dann daher soll die Fressen warm ich habe diese da ab abgeschlitzt auf dem Verpäntetor wird kann ich nur weiter falls die Augen und ich halt wirklich so ist also es ist einfach nun auch wenn die Frauen irgendwie die Frauen sind aber alt die allgemein die Gesichter die sehen aus wie ja und was ein gleiches nicht allgemein alle Charaktere irgendwie alles ist wirklich außer das Gesicht von denen und die Textur die sie darauf geplatziert haben ja das kann man das nicht ich bin auf dem Schiff 4 wir reisen nach Utah oh mein Gott ich bin ganz nach oben geflogen ich bin ganz nach oben geflogen es gibt die warum ich will nicht nach oben fliegen was war das das war bei der anderen sich an den Zeilen oder so festgegangen hast oder so keine Ahnung so das ist ja richtig geil ich ich nehme also kein du keine Ahnung pass auf dass du dann aber nicht ins Wasser fällst einfach weil das wäre schlecht hä? ich kill hier grad 2 2 2 2 ey guck mal da war ein Hai ich hab das gesehen der Hai frisst die doch oder nicht ja also wenn die 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 kommt von denen es ist ein bisschen Ok Pirate Cove geht bis keines bisschen und bei mir lapar oh das bist du ich hab ich bin auf jemanden eingetreten nicht stirbt wahrscheinlich er erlebt noch erlebt noch vielleicht hat er dich in die es ist der Boss Juni ich habe den Boss geschützt das Witz und er herstellt zurück so ich will euch fehlen hier noch also ich weiß er wenn du wenn du alle an den Strand guckst da leben noch einige ja ich sehe es auf den Stein könnte ich die nicht theoretisch weil er war üblich mit Schuppen das Wasser befördert das habe ich auch hier der Anteil der Söhne Riesenschaufel ja man diese Schnee 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 Schaufel wie das neul die machen sich gerade auch sehr wiederum selber kaputt und ab dem da sind noch welche in der Bar ab und oben auch ja ganz oben keine das ist ein Boss glaube ich oder sie nämlich zumindest so aus aber jetzt nicht mehr in der Prozent ja ich denke mal die Leute war da wurden drei Haie die haben sich gesnackt was die drei Haare hier haben sich gegenseitig gesnackt Leute liebt noch die und da geht so weg als wenn nichts gewesen einfach mal die ist er wirklich in der Bar sagt in der Bar in der Bar selber und über der Bar sind noch warten das ist noch was in der Bar lecktes aus irgendeinem Grund richtig krass bei mir am Strand leuchtest erhältst du es flüssig also ja wo es gibt ja auch das Ziel tatsächlich liegt das daran weil er einfach viel zu viele Texturen und Leute um die Anruf so wenn du mal bedenkst eigentlich ist Petit Toretto und sie ist weil du köpst leute die sich der an die Höhle zerschmetterst deren Schädel sein ihren Abend und er muss und beides da in Wahrheit das ist mit folgt folgt ja ein weiteres ich kann ich kann das nicht angehen scheint ob da ob das jetzt in Grund genommen wird wirklich weil die lauten Wikipedia ist das ab 18 was ich aber irgendwie nicht verflogen wird die Verstehe ich würde es vielleicht ab 16 ok er alle sind neun Leute ab 16 oder so aber ab ab und sich am 18 ab 18 ich meine ist es sowas wie Minecraft nur ja alles wort wirklich irgendwie wirklich es sei von Minecraft nur mal halt mit Blut und nun die Leute zum Strand glaube ich ich hab weil da läuft ist 20 mal flüssiger als hier auch Gräxbar oder draußen das will auch gehen ich nehme dieses diesen Code das ist ein Ruder die Digger was macht der am Boden da eben der geht einfach bei und tanzt auf dem Boden sie besitzt wasser gefällt und der jetzt gefressen kann von weißen ja ich meine jedoch zwei Leute doch die alle sind in der Bar die sind hinter der Treppe ja ich um mir nur was die keine waffen mehr war ein moment ja hier liegt jetzt hast ich glaube es wird auch gehen hinter der treppe sagtest du oh mein gott soll das war meine schwester ließ sie zu tun gehört zurück da kommt er kommt er ja gut und wird ihn das wo auch wo auch für Bordkünste und fliegt wo einer mit der wie jetzt wird dann der Garten dann neben mir dann ist es sicher Jäger Meister ich habe jeder weiß die Läger meister er wurde als was hat er dann der Hauptjärten Garten okay der ist so ab und so ab ins Boot welches das große da wohl blau ist da wo blau ist ja nicht überall gehofft sie sind ich habe ein hohes Kettenberg rot ist bekanntlich blau nein ich meine ich meine ich komme mehr ach so ins Blaue Klara so Lärm im Kiel das Zerbaß mit der Folge die Dichter Prozent keine Ahnung also wir könnten noch mehr machen müssten wir aber nicht hier die Frage ist halt was er keine Ahnung mit Schwarz was ich gucke im Kopf auf den Steamshop ob es dann noch was gibt ja ich mache ich sogar Prozent die die Gruppen dann halt kurz werden zum Job und gucken ob die was cool ist sind keine Ahnung also wir gehen hinbei dieser Level äh ja gut da ist auf jeden Fall nix Sunlight Digital und wird mit DRIVE so ich gehe mal bei Prozent zu tun und Auken die dort jetzt doch nochmal es ist in in Schwarz man kann das gut wer von euch ist spiel ja von mal fast bin ich einfach nur abruf ein schreibe gar nix gar nix war Prozent er hat er hat es sogar echt abruf abrufet wird zu klein ich wollte nach Apokalypse oder so suchen die können auch train 1 als von der Welt das was von mir das von eben halt train nur die erste map davon das können wir machen ist halt nicht so schwer wie das andere naja komm dann machen wir einfach das hier abonnieren abonniert so ich habe jetzt subscribe und warte ich muss einmal kurz zurück Multiplayer Postgame äh Szenario User Level Select Level Train Freight Game und ich kann nicht alles ist doch also ja ja kannst könnte jetzt schon mal ein Jahr ja ich ziehe direkt okay Prozent es sind stattdessen zu Stardew Game Stardew Game Play es ist keine Ahnung zu Rapps so wird es vor allem mehr die Neustest die Gründung Präsenten es sind sie durch das neue Geschenk Monster Energy das ist keine Ahnung aber die Gesichter sein weil ich schon mal mit einem Fall über den Zug springen mit dem Vogel die Schilden Dabel abbeißen ich habe ein bisschen gar nicht da sich drum gespielt und mit dem habe ich halt wirklich abkratten dass sich drum gespielt es gibt die die ich habe keine die Stube Prozent hallo bis doch da Prozent ich bin doch da ist das gerade bei mir aber auch nicht starten dass er auch wieder abwissen 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 bis abrufen bis nach Hoha wir sind da und wir sind auch okay die sind da ich die Welt weggegangen damit wir sind da er in der Okina auf reistig zusammen nee ich reise mich zusammen aber in einer anderen Sache Prozent welcher denn ist der Kiech in den und dann wieder ganz nach hinten in die Uhr was ich habe ich habe Wasserhahn ich habe immer dass die Hälte mehr Hälfte Wasser und ich lag noch eine Machete irgendwo ich nehme den Machete weil ich habe Rennel folge ich habe Rennel eine Tür einfach den Wasserhahn rein mal drei zwei erster nach oben erster hoch der Koma komm mal hier hin aber ich will und jetzt hierhin anfangen Mama Mama bevor du das machst ja ich habe schon ein Kürziger auf mich er wollte gut geschlagen hast was ist das ohr er hat der geile Art Krieg gerade gerade eben äh es ist ein eigener Kollegen ist der Geist ist gestört er soll nicht soll ich Axt oder Spitzhacke äh nimm du äh äh Spitzhacke ich ich im Axt wir spielen jetzt Minecraft meine Freunde äh da hinten kann man Goldbarren holen ne hier vorne Goldbarren und so äh der Typ ist tot ja genau deswegen Prozent Prozent ach so recht wird es doch mal schön auf die Einstern ja und sie ist es doch normal okay Seite kommen wir hier rein also hier dort wo ich bin also der Stadtsberuf was ist los kann überleben ich hab ihn ich hab ihn scheiß Spaltachs ins Gesicht geworfen er hat das übernehmen überlebt ist weil kann man die wo die umliebsten Vorschlag kammer und irgendeine komische Fackel ich nenne das einfach ich weiß auch nicht was es ist äh was tust du da oben ach so dort ich kämpfe um mein Leben Alter da der Typ ist ein Vampir der kann man gemacht oder so äh stell dir vor hier hängt ein Typ in der Wand drauf bei mir ist der Arme der Wand bei mir ist der Arme der Wand egal in dir irgendwie doch mal eine Waffe mit keine Ahnung äh äh ist das nicht egal ich gehe jetzt einfach dabei macht es so nein die Köche sind so ultra stark das weiß oder ich gehe den Pimp töten ich hole ihn mir Alter oh mein Gott und Boots ja ich denke mal dass er tot ist kann ich sein Foto aufsetzen kann ich sein Brille klauen ne leider nicht äh oh mein Gott nein 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 was passiert was passiert Escape Alter gerade hat sich so irgendein Grund der Chat auf einmal geöffnet was sagtest du mit stark ich hab die mit Leichtigkeit besiegt nein also die Köche die machen viel Schaden meine ich damit oh mein Gott wo kommt der denn ich glaube ich hab ihn schon mit ja ich denke mal dass er tot ist die Küche immer ich hatte von den Zug getreten mein Zug meine Regeln viel Fall oh Gott ich muss jetzt auch ich muss jetzt aufpassen Alter warum slow ja mach mich heißt da das war natürlich wieder klar ich soll mich umbringen und wir machen jemand auch ja doch und diesmal gehen mal besser vor ja und nicht erinnert aber hinten ganz hinten anfangen ist am besten weil da sind elektrisch in die keine Ahnung irgendein Scheiß mit der Woche irgendwie was zu werfen eigentlich sind für mich alle Waffen und ich meine die Kunstabschlagen werfen und schlösschen die Leiter jetzt ist es als man so soll ich so aber gebreitig gucken wir mal kurz mal hinter die unter dem Bett und hinter dir und kommen das ist ein bisschen denn nicht kurz die Schlüssel der Schlüssel ist er hat jemand auf dem Kuh auf dem Klo Nicht töten, nicht töten Ich hab einen Schlüssel, nehm dir auch irgendwas mit, keine Ahnung Warte, ich guck mal Ich guck einfach mal Einfach mal in die verschiedenen Toiletten Ob da was sein könnte Warte, ich soll dich diesen Brecher halten Ich glaube, ich nehme die Spitzsacke, die ist stärker Also Ich mag die zumindest mehr Soll ich die hinten alleine übernehmen oder kommst du? Mama, ich geh mal bei Nimm einen anderen Weg Okay, nein, nein, ich übernehme dich schon Ich geh zum Pimp Er kann sich easy von dazu untertreten Oh, der hat keinen Stab Oh, lol Ja, dann Dann war das jetzt nur los Ja, der ist tot, definitiv Äh, ich übernehme Oh mein Gott Alter, nee, was? Was, wie bist du zum Sturm Pimp? Hat er pimp sich ungebracht? Nein, nein, ich bin in dich von Zug gefahren Ja, ich Ich bring mich auch Ja, das ist Wow, warum? Die Map ist eigentlich einfach, aber Das Problem ist Der Zug Ja, das ist Vorhin die Map Einfach Aber nur halt den Platz, den man da angeboten wird Ha, der ist natürlich problematisch Okay, nach dieser Map, dann, das war's dann, oder? Also, ja Ja Ich mein, reicht ja Ich, wenn du die Machete ist, wenn ich, ich nehme Ich hole, ich hole kurz den, äh, Ding Den, den Schlüssel Ich Ich Ja, ich nehm, Stück Fleisch, Alter, hier Zicke Und man weiß, was auch nicht, äh, so eckig ist, hier in dem Spiel Der Schlüssel, der ist einfach rund Also, der ist richtig krassbar Vielleicht kann ich eigentlich, war mal, wenn die, wenn man hier in der Toilette jemand umbringt, merken die Erfahnen Na, äh, ja Scheiße Ich komme am besten zu dir mal nach vorne, mein Stake, meiner Keule Nein, wir in den anderen Raum, wir merken, dass nicht Aber hier sind Tote, Alter Loll Was ist denn, ich schweige, für drei Okay, komm, ganz da hinten jetzt Warte mal, warte mal, warte mal Folgend, das habe ich ungefähr gemacht Warte Ja Jetzt hier rauf, jetzt da rauf Und jetzt bin ich auf dem Zug drauf So, warte mal Was auch der Verbrecher der Kanzlerin Warte, der hat mich Pass auf, pass auf Oh, danke schön Die Spitze gehört Ich bin vor Schwerer kamer Ja, das geht auch Hier oder hier diese Fachkräfte Ich habe einen Vorschlag für dich ich habe einen Vorschlag für euch Hallo ich habe einen Vorschlag Alter du hast die Köche angegriffen die sind aggressiv Digga die sind die sind leidig machen aber Schaden aber die machen viel Schaden Digga ist mir ist mir egal kein Wunder das gehört einfach rex alter nein Digga die vorhin wegen den Köchen bin ich nicht einmal gestorben ich gehe den Pim töten keine Lust auf den der Fakt ab wie der hässlich tanzt guckt mal welcher Hund tanzt so alter der jetzt gleich steht David vorm ist der halt nach ich bring mich um alter jetzt kann ich den Topf nehmen nee weil ich kann hier ich habe einen Pfanne alter der Typ ist definitiv nicht tot jetzt ich habe noch hälfte Leben du ich ich habe bisschen überlegt lebt noch einer ich hole mir kurz eine Waffe von dort äh was ist das Schlagstock will ich jetzt ich nehme diese komische Wacke ich habe keine Ahnung also wir haben den Abteil geklärt einfach die Leute vom Zutreten oder so warte mal ist der Warte macht es kostet die auch passend ich ich stummig kurze äh passend was auf mich auf so ich habe untergekippt mich das was ist das mal ist das wie ich ihn macht das ist einfach ich hab keine Lust muss außerhalb muss ich eh eh gleich ist ja okay Hallo wie ja so ich bin gleich wieder durch Oha was war das das war die Fliege an meinem Ohr alter Prozent die 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 hihihi ich begleite weil ich begleicht wieder da alle die aus dem Fenster Herr Ocha das waren Flieger mein Ohr Prozent er ist halt wirklich ein Fliege um ein Gott ich bin richtig schlug schweiß alle raus Saar uns noch acht Gegner ist wie mich ja was macht er da ja Hauptsache der Typ sieht aus wie ein Mann aber hat eine Frau Stimme was doch der vierte die vor der ja ich sie ja in die Gäste 2020 jeder kann alles sein die 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 du kannst alles fertig jetzt nein kenne ich das die die ja also aber ich so nun mal durch geht noch einer die lebt noch eine um 3 zu oh mein Gott wo wir gut gut es ist die Bogen Klo tot weil keine Ahnung egal ich warte jetzt bis die Leute einfach hier hinkommen für sich die älter sind noch ganz ohne welche aber ich weiß weil ich gucke auf klopfen ich nicht auch ich glaube ich eigentlich alle getötet ja als alter oberhalb der warte warte da ist jemand noch bei der außen die russ auf den zwischenpart da kommt eine bei den bergen da entlang ja ich sehe ich sehe nicht ich habe ich habe dort schwarze auch mein Gott oh mein Gott ich bin stark hoch bevor er auf mich eingeprügelt hat habe ich noch vier leute die zweiter vorne und dann noch zwei andere holen das war ein bisschen peinlich was nimmst du noch auf ja also bis morgen also ja ich bin ich ja auch oder ja in du ich nehme immer noch auf und geht der typ ist der geist ist gestört ich glaube irgendeiner ist die der der jünger der ist der ist oben da ist einer oben ja bei den Prozent Quadratdings so ich liebte die seiner der Wand aus dem okay jetzt auch die zwei Sposten davon ja ich werde ich versuche wie mit einer Schock wo ich gleich direkt zu holen ein gut ich habe ein Ulrich kann ich habe ich ich habe noch bis sie leben ganz wenig gut ich treffe dich wenn er nicht so was geht doch ich glaube die dann auch stark und erneut mir einfach so während ich da erinnere ein paar Sachen das ist so meine Strategie leuchtet meistens auf so da wird Badda da 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 auch außer die Brüder auf sich gegenseitig ein Daten sie ist aber das tun sie halt nicht weil das besser ist ich kann auf dem Dach gibt es keine Kamera oder so ich kann die nicht zu sehen alter ist das eine fette Monster fliege geh weg oh mein Gott oh mein Gott alter oh mein Gott David äh okay das war's dann mit der Folge ja das war's tschüss bis zum nächsten Mal tschüss